Willkommen auf der ESH 2019 in Frankfurt am Main und auf dem TC-Messestand. Für alle, die uns nicht selbst besuchen konnten, präsentieren wir in diesem Video innovative Produkte und Lösungen rund um Entwässerungs-, Spül- und Rohrsysteme. Die TC Drainline Ivo ist die neue Generation der millionenfach eingesetzten Duschrinne von TC. Die Drainline Ivo vereinfacht Installateuren und Fliesenlegern den Einbau der Rinne und bietet einen Plus an Sicherheit bei Montage und Abdichtung. Dafür sorgen unter anderem ein neuer Bauzeitenschutz mit Originalitätssiegel und eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette. Die Drainline Ivo ist die Rinne mit optionaler Sekundärentwässerung und Kapillarschutzkante ohne hygienische Nachteile. Natürlich ist die neue Rinne normkonform nach DIN 18534. TC Logo Axe ist das neue, schnelle und sichere Installationssystem von TC. Es basiert auf der millionenfach bewährten axialen Presstechnik, wobei bisher notwendige Arbeitsschritte wie Kalibrieren und Aufweiten entfallen, was den Arbeitsprozess erheblich beschleunigt. Einfach das Rohr ablängen, in den Fitting schieben und verpressen. Fertig ist die Verbindung. Die weiteren Vorteile des neuen Systems. Die Verarbeitung erfolgt wahlweise mit wartungsfreien Handwerkzeugen ohne Strom oder mit handlichem maschinellem Werkzeug. TC Logo Axe ist kompatibel mit dem gesamten TC Logo Sortiment. Wenn es eng wird, können also auch platzsparend mit TC Logo Push oder bei Bedarf mit Dimensionen bis 63 mm gearbeitet werden. Trinkwasserhygiene leicht gemacht. Das WC-Modul mit integrierter Hygienespülung direkt im TC Uni Spülkasten verhindert die Stagnation im Kalt- und Warmwassernetz bei längerer Nutzungsunterbrechung. Und reduziert so die Gesundheitsgefährdung durch Mikroorganismen auf ein Minimum. Das Spülwasser wird über den Spülkasten entsorgt. Der Montageaufwand ist gering. Die individuelle Programmierung erfolgt über eine App mit integrierter Protokollfunktion. TC Solid ist eine neue Betätigungsplattenserie für WC Urinal. Die besonders robuste Bauweise und eine 2 mm dicke Edelstahloberfläche macht sie für den Dauereinsatz im öffentlichen und halböffentlichen Bereich besonders geeignet. Auch optisch kann die neue Betätigung mit harmonisch abgerundeten Kanten und flachem Aufbau überzeugen. Die Platten sind mit verschiedenen Oberflächen und wahlweise auch mit Anti-Fingerprint-Beschichtung erhältlich. Für die Urinale sind manuelle und elektronische Varianten verfügbar. Die neue PVD-Oberflächenveredelung für TC-Square-Metallbetätigungsplatten und TC-Drain-Profile-Duschprofile ermöglicht ein bis ins Detail perfekt abgestimmtes Baddesign. Erhältlich sind die Beschichtungen in den Farben Black Chrome, Red Gold und Gold in gebürsteter und polierter Optik. Die Oberflächen sind abgestimmt auf die Badarmatoren der Serie AXOR von Hans Grohe. Die Montage von TC-Profil-Modulen vor einer Massivwand oder im TC-Profil-System wird jetzt noch einfacher. Mit der neuen Modulbefestigung mit Tiefenverstellung und Schnellverschlüssen. Schnell, sicher und werkzeuglos. Das TC-One ist ein stromloses WC mit Duschfunktion. Die Bedienung erfolgt über seitliche Funktionsknöpfe zum Regeln der Wassermenge und der Temperatur. Der Duschstab fährt allein durch den Wasserdruck aus. Deckel und die Brille besitzen eine Soft-Close-Funktion. Das waren unsere Messe-Highlights vom TC-Messestand auf der ISH 2019. Wollen Sie mehr erfahren? Dann rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Website unter www.tc.de.